Ein Abenteuer, von dem die Menschheit schon lange träumt, den Planeten verlassen, andere Himmelskörper erkunden, eine Reise durch die eisige Dunkelheit des Weltraums. Wir wählen, zu der Mond in dieser Dekade und zu anderen Dinge zu gehen. Nicht, weil sie einfach sind, sondern weil sie hart sind. Einige Leute haben mir gesagt, die Amerikaner oder die NASA hat die Zukunft in die 60er Jahre hineingebombt. Genauso war es. Es brauchte große Fantasie, um sich vorzustellen, eine Mission, die es ermöglicht hat, Menschen auf dem Mond landen zu lassen und gesund wieder zurückzuführen. Bis dahin war ja der Flug zum Mond, Science Fiction, aber nicht mehr. Okay, Engine stopp. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Hier setzten Menschen vom Planeten Erde im Juli 1969 ihren Fuß auf den Mond. So steht es bis heute auf der Plakette, die damals hinterlassen wurde. Wir kamen in Frieden für die Menschheit. Amerika in den 50er Jahren. Die Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Eine neue Mittelschicht genießt die Konsumgesellschaft. Alles gibt es auf Knopfdruck. Die Welt, so scheint es, ist wieder in Ordnung. Ein neues Massenmedium taucht im Wohnzimmer auf und bringt alle näher zusammen. Die Zukunft, so meinen viele, sieht strahlend aus. Die atomare Bedrohung war ein wichtiges Thema der 50er Jahre. Insofern, als der eigene Anspruch, die internationale Führungsmacht zu werden und zu sein, gefährdet war dadurch, dass auch die Sowjetunion atomare Raketen entwickelte. Die Sprengkraft der sowjetischen Wasserstoffbombe beträgt 50 bis 60 Megatonnen. 4000 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe. Der beste Weg, den Tod zum Feind zu tragen, kommt aus Deutschland. Mit der V2 waren die Nazis weltweit führend in der Raketentechnik. Nach dem Sieg über Hitler versuchen sowohl Amerikaner als auch Russen, die besten Köpfe des deutschen Raketenprogramms für sich zu gewinnen. Allen voran Chefentwickler Werner von Braun. Er war ein typischer Amerikaner, vom Typ her, von seiner Art her. So ein bisschen burschikos, sehr offen, das mögen die Amerikaner. Dieser amerikanische, lockere Stil, das hatte der voll drauf. Und deswegen mochten ihn auch die Amerikaner. Er war sehr beliebt bei den Amerikanern. Und ich glaube, sonst hätte das auch gar nicht so funktioniert. Er war einer, der trank gerne, das mögen die Amerikaner auch. Er war gesellig, all das hatte er. Und er war eben ein guter Ingenieur und Kommunikator. Das passte wunderbar zusammen. White Sands, New Mexico. Hier arbeitet Werner von Braun mit Hochdruck an der Weiterentwicklung der V2, zusammen mit über 100 deutschen Wissenschaftlern aus einem alten Forschungsteam. Sein großer Traum ist und bleibt die Reise zu den Sternen. 4. Oktober 1957, der sowjetische Sputnik schockt den Westen. Der erste Satellit im All. Und dann 1961, der erste Mensch im Weltraum, ein Russe. Für die Amerikaner war Sputnik und dann erst recht Gagarin. Ja deshalb ein so großer Schock, weil sie immer die Nase vorn hatten beim technischen Fortschritt, während die Sowjetunion dafür nicht eben bekannt war. Die amerikanische Raumfahrt steckt in einer Krise. Das spielte sich nun vor alle Augen ab, wie deren Raketen explodierten auf der Stadtrampe, in einer Feuerwolke aufging. 1962 hält Präsident John F. Kennedy in Houston eine Rede, die in die Geschichte eingeht. Die Amerikaner waren sich selber überhaupt nicht in Klaren, wie sie zum Mond kommen sollen. Da sagte er an Kennedy, wir fliegen zum Mond. Und die Nase sagte, wir haben keine Idee, wo wir hinkommen. Die Raumfahrt wird Chefsache. Der Wettlauf beginnt. Ein Wettlauf gegen die Zeit, gegen die Sowjetunion. Und dieses Mal wollen die Amerikaner gewinnen. Sie haben etwas getan, was eigentlich unmöglich war. Es war nur denkbar, aber eigentlich technisch nicht möglich. Und sie haben es trotzdem geschafft, weil sie Folgendes gemacht haben. Sie haben eine technische Entwicklung, die sie sonst nicht hatten, auf drei Parallel- oder vier Parallelwegen entwickelt. Und eins hat es schon zum Ziel geführt und die haben sie dann genommen. Es bedurfte einer Mobilisierung der gesamten Nation, der industriellen, der technologischen, der wissenschaftlichen Ressourcen, um dieses Programm zu realisieren. Und die NASA wusste, dass sie das alleine nicht machen kann, sondern dass sie das gesamte industrielle Potenzial der USA hier einbauen musste. Die Luftfahrtfirmen, die Rüstungsfirmen generell, um am Ende technologisch erfolgreich zu sein. Das Projekt kostete nicht nur Milliarden von Dollars, sondern es war ein Projekt, das am Ende etwa 400.000 Personen involvierte. Man muss sich das vorstellen, ein riesiges technologisches Projekt, enorm schwierig und komplex zu managen. Es ist ein Traum. Eine Vision in einer Zeit, die dringend nach Visionen verlangt. Am 22. November 1963 wird Kennedy ermordet. Ein Schock für das gesamte Land. Ein Riss geht durch die Gesellschaft, nicht nur zwischen Schwarz und Weiß. Die Rassentrennung wird zum Symbol für eine verunsicherte Nation. Die 50er Jahre sind vorbei. Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit der Veränderung. Kennedys Nachfolger im Weißen Haus, der neue Präsident Lyndon B. Johnson, setzt ein Zeichen gegen die Rassentrennung. Und macht sich daran, auch die Weltraumpläne seines Vorgängers umzusetzen. Das Apollo-Programm war insofern dann nicht in seinem Funktionieren gefährdet, als Lyndon B. Johnson es sogar im Gegenteil vermochte, zu sagen, das war der Befehl John F. Kennedys. Wir müssen bis Ende der 60er Jahre erfolgreich Astronauten zum Mond bringen, auf dem Mond landen und sie zurückzuholen. Und dieses Vermächtnis John F. Kennedys, das wollen wir bewahren, an das wollen wir uns halten und wir wollen es umsetzen. Der Flug der ersten Apollo-Kapsel steht bevor. Die Astronauten sind Edward White, Gus Grissom und Roger Chafee. Apollo 1 soll dem Raumfahrtprogramm endlich neuen Schwung geben. In der Versicherungsbranche gilt Raumfahrt als ultra-hazardous adventure. Das ist die höchste Kategorie, die es überhaupt gibt. Mit anderen Worten, es gibt nichts Schlimmeres. Das weiß jeder Astronaut und damit lebt jeder Astronaut. Damit muss man in der Raumfahrt leben, weil wir an die Grenzen des Machbaren gehen, sowohl vom Material als auch von der Prozedur. Ziel der Mission ist es, Astronauten in eine Umlaufbahn um die Erde zu bringen. Kurz vor dem Flug im Januar 1967 ein letzter Test, eine Routineübung. Der Test gilt als harmlos, es gibt kaum Sicherheitsmaßnahmen. Doch schon beim Einstieg bemerkt Grissom einen unangenehmen Geruch wie saure Milch. Ein Leck im Kühlsystem, wie sich später herausstellt. Mein Gesprächspartner, den ich hatte, Chris Kreft, Mission Control, das war der Mann, der die Kontrolle über jeden Flug hatte, der hat mir bei einem Interview mal gesagt, das sei das schrecklichste Ereignis gewesen, das er je erlebt hat. Er hat die drei Astronauten sterben hören. Es gibt gefährliche Mängel im elektrischen System. Ein Funke genügt, um ein Feuer zu entfachen. Der reine Sauerstoff, mit dem die Kapsel gefüllt ist, führt zum Inferno. Was ist damals verbrannt? Nun der Klettverschluss. Der Klettverschluss ist eigentlich nicht brennbar, aber unter reinem Sauerstoff ist er brennbar. Das hatten die Amerikaner nicht bedacht. Das Zweite war, sie hatten keine von innen öffenbare Tür eingebaut. Die hatten gesagt, warum sollen die Astronauten raus? Im Weltraum brauchen die sowieso nicht raus, also brauchen wir die Tür nicht von innen öffenbar machen. Und das war ein großer Fehler, dadurch konnten sich die Astronauten nicht befreien. Das ist bis heute so. Wenn Sie sich einen Shuttle anschauen, auch dort selbst da ist die Tür von innen öffenbar, obwohl sie im Weltraum gar nicht raus müssen. Also das und der Sauerstoff, das waren die zwei wichtigen Konsequenzen. Der Tod von Grissom, White und Shaffey rettet anderen vermutlich das Leben. Die erkannten Mängel werden behoben. Astronaut Grissom sagte wenige Wochen vor dem Unfall, es ist ein riskantes Geschäft und wir hoffen, wenn uns etwas passiert, wird es das Programm nicht verzögern. Es dauert fast zwei Jahre, bis wieder Astronauten in eine Apollo-Kapsel steigen. Am 11. Oktober 1968 startet eine Saturn-Rakete in die Erdumlaufbahn. Nach dem Desaster von Apollo 1 ruhen jetzt alle Hoffnungen auf der Nachfolgemission und sie ist ein voller Erfolg. Nur zwei Monate später, im Dezember 1968, verlässt die Crew von Apollo 8 die Umlaufbahn der Erde. Mit der Mission Apollo 8 gelang es den USA zum ersten Mal den Mond zu umrunden, was auch bedeutete, dass man einen anderen Blick auf die Erde hatte. Man konnte von der Rückseite des Mondes auf die Erde blicken. Und ob es Zufall war oder nicht, diese Mission fand um Weihnachten 1968 statt. Und man konnte die Genesis bemühen, man konnte die Bibel zitieren. Und das taten die Astronauten auch, hielten eine Weihnachtsansprache aus dem All und ermöglichten es den USA sozusagen ein friedliches Weihnachtsfest mitten im Vietnamkrieg zu feiern. Die GIs in Vietnam hörten diese Weihnachtsansprache. Und daran kann man ablesen, dass das Apollo-Unternehmen letztendlich auch eine integrative Funktion für die USA hatte. Währenddessen fallen Bomben auf Vietnam insgesamt dreimal mehr als im Zweiten Weltkrieg. Es sterben vor allem Zivilisten, Alte, Frauen und Kinder. Ein Konflikt, der die Jugend im Westen aufhielt. Es sind vor allem junge Menschen, die gegen den Krieg protestieren. Und es sind junge Männer, die kämpfen. Das Durchschnittsalter der US-Gefallenen ist 19. Eine neue Generation macht sich daran, Amerika zu verändern, auf ihre Weise. Die Militärausgaben für den Vietnamkrieg betragen 140 Milliarden Dollar. Fünfmal mehr als für das Apollo-Programm ausgegeben wird. Nun, wie auf der Erde für uns ist die Erde das, was wir sehen. Das ist psychologisch einfach so. Die nächsten 100 Meter ist meine Welt. Wenn sie aber einmal diesen großen Abstand haben, dann verstehen sie, ich meine richtig verstehen, nicht, dass man es im Fernsehen mal gesehen hat, sondern gesehen hat, dass der Mensch nichts ist. Dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist, sondern dass er nichts ist. Die Erde interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob wir da sind oder nicht. Und wenn sie das mit eigenen Augen sehen, dann haben sie das richtig verstanden. Es begann eben mit diesem Bild von Apollo 8. Diesen Blick auf die Erde, die Kleinheit, war ja nur so groß, dieses kleine blaue Ding. Mehr ist es ja nicht. Allein verloren im Weltraum. Dieses Wissen, dieses Selbstbewusstsein verändert. Und das ist das Entscheidende an der ganzen Apollo-Mission überhaupt. März 1969. Apollo geht in die entscheidende Phase. In der Umlaufbahn der Erde wird die Landefähre getestet. Sie soll später auf dem Mond landen. Auch ein neuer Raumanzug kommt zum Einsatz. Zwei Monate später startet Apollo 10. Es ist die Generalprobe. Die Landefähre Snoopy mit zwei Astronauten an Bord nähert sich der Mondoberfläche. Dann kehrt Snoopy wieder zurück zu Charlie Brown, dem Kommandomodul. Nur 15 Kilometer. So nah waren Menschen dem Mond noch nie. Ja, es gab die Diskussion, ob man mit Apollo 10 schon auf dem Mond landen sollte. Wahrscheinlich hätten sie es auch geschafft. Aber die Amerikaner waren vorsichtig. Übrigens, Werner von Braun war vorsichtig. Er war der Vorsicht. Er hat immer gesagt, wir müssen alles wenigstens einmal vorher getestet haben. Und das hätte man ohne Apollo 10 nicht gehabt. Und deswegen hat Werner von Braun immer gesagt, ich möchte Sicherheit für die Astronauten. Das war sein oberstes Prinzip. Auf der anderen Seite wussten die Amerikaner, die Russen saßen ihnen im Nacken. Das glaubten sie jedenfalls, was gar nicht der Fall war. Die Russen hatten es nie geschafft. Mit ihrer Rakete hätten sie es nie geschafft. Nach Apollo 10 wird die Landefähre weiter optimiert. Sie muss noch leichter werden. Werner von Braun zerturnt fünf Rakete, soll die drei Astronauten zum Mond bringen. An ihrer Spitze befindet sich Eagle, die Landefähre. Und das Kommando-Modul Columbia. Wegen der großen Bedeutung dieser Mission scheinen Comic-Bezeichnungen wie Snoopy und Charlie Brown nicht länger angemessen. Es war ein unglaublicher Kraftakt. Die Amerikaner haben etwas angepackt, was eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Aber durch ihre Genialität, durch viel Geld, muss man auch sagen, durch den Wettlauf mit den Russen, haben sie es doch geschafft. Und mit einem Quäntchen Glück, muss man ja auch sagen. Alles zusammen hat funktioniert. In den USA war es natürlich ein riesiger Hype. Hunderttausende kampierten vor Cape Canaveral, um den Start der Saturn-5-Rakete, der Apollo-Rakete, live mitzubekommen. Viele andere feierten Partys, was wir heute als Public Viewing bezeichnen, fand statt. Es war dieses Medienereignis des 20. Jahrhunderts, das uns im Gedächtnis geblieben ist. Zur selben Zeit stellen sich die Astronauten darauf ein, vielleicht nie wieder zur Erde zurückzukehren. Es gibt Leute, die sagen, die Chancen waren noch nicht mal 1 zu 100. Und andere sagen, und die Amerikaner haben gesagt, wir fliegen nur dahin, wenn sie 9 in 10 sind, also 90 Prozent. Neil Armstrong kommandiert die Mission. Seine Co-Piloten sind Buzz Aldrin und Michael Collins. Schon jetzt ist festgelegt, dass Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten darf, wenn alles gut geht. Die Astronauten selbst schätzten ihre Chance, lebend zur Erde zurückzukommen, gerade mal auf 60 Prozent ein, also etwas über die Hälfte. Sie wussten darum, dass sie ein hohes Risiko eingehen. Eine Million Menschen haben sich versammelt, um den Start live mitzuerleben. Einige werden noch Jahre später ihren Kindern und Enkeln davon berichten, wie es war, damals, als sie noch jung waren und die Menschheit zum Mond aufbrach. Das ganz große Fragezeichen für uns in Cape Canaveral war, was machen die Russen? Und bis zuletzt kursierten Gerüchte, die kommen noch den Amerikanern zuvor und fliegen zum Mond. Und wir saßen alle wie auf Kohlen, aber hat nichts gehört aus Russland. Und erst sehr, sehr viel später stellte sich heraus, dass sie gleich viermal mit ihrer Mondrakete in genau dieser fraglichen Zeit 1969 und ein bisschen später viermal gescheitert waren. Alle sind gekommen. Stars, Politiker, VIPs. Dazu 3000 Reporter aus 56 Ländern. Werner von Braun. Es ist seine große Stunde. T-minus 15 Sekunden. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine run. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff an Apollo 11. Wer es nicht selbst gesehen hat, wie wir das Glück hatten als Journalisten, der kann sich ja gar nicht vorstellen, wie sich so ein Raketenstab abspielt. Es ist ja nicht so, dass das mit einem riesen Donnergetöse losgeht, sondern die Rakete hebt ab in absoluter toten Stille. Und dann, nach fünf Sekunden, da erreicht der Donner die Dressetribüne und auch die überhaupt alle Augenzeugen. Und dann sieht man immer hoffend, es passiert nichts, es passiert nichts und die Rakete wird immer kleiner. Der Start der Saturn V ist nach der Atombombe das lauteste je von Menschen erzeugte Geräusch. 3000 Tonnen Gewicht, beschleunigt auf über 28.000 Kilometer pro Stunde. Schneller als eine Gewehrkugel. Die einzelnen Raketenstufen, insgesamt drei, brennen aus und werden abgesprengt. Die einzelnen Raketenstufen, insgesamt drei, brennen aus und werden abgesprengt. Für Werner von Braun war es ein langer Weg, bis er hier stehen kann. Apollo 11, this is Houston. All your systems are looking good. Going around the corner, we'll see you on the other side, over. Die Reise zum Mond dauert drei Tage. Doch draußen gibt es eine Gefahr, von der die Astronauten nichts ahnen. Everything looks okay up here. Ich meine, was wäre gewesen, wenn in der Zeit viele Sonnenstrahlung, es gibt ja diese Sonnenzyklen, das heißt, wenn ein Sonnenwind den Amerikanern zu schaffen gemacht hätte, hätten die Astronauten keine Überlebenschancen gehabt. Es gab zum Glück keine Sonneneruption. Da hatten sie verdammt Glück. Die Sonnenaktivität waren in diesem Zeitraum extrem gering. 380.000 Kilometer von unserem Planeten entfernt nähert sich die Columbia dem Mond. Neil Armstrong und Buzz Aldrin steigen um. Von der Columbia in die Mondlandefähre Eagle. Die Aufgabe der beiden Astronauten ist es, die Landefähre sicher auf dem Mond zu landen. Michael Collins bleibt zurück in der Columbia. Noch zwölf Kilometer bis zur Landung. In der Landefähre meldet der Computer eine Fehlfunktion. Falscher Alarm, wie sich herausstellt. Roger, I'm going to landing. Keep out. Keep up your alarm. We're go. Same time. We're go. Also, zunächst einmal war es kein Computerfehler, sondern es war ein Fehler von Buzz Aldrin. Er hatte nämlich Folgendes gemacht. Bei der Landung hat er ein zusätzliches Landeradar eingeschaltet, was man erst dann hätte gebrauchen können, wenn man wieder zurückstartet. Aber er wollte Sicherheit. Er wollte sozusagen noch eine zusätzliche Information haben, wie nah bin ich auf dem Boden. Damit hatte die Nase allerdings nicht gerechnet. Und vor allen Dingen der Rechner war nicht dafür ausgelegt. Also, Neil Armstrong will landen. Auf einmal, oh, 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 Error. Und er sieht nichts mehr auf seinem Bildschirm. Und dann hat er eben selber den Stick übernommen. Und dann kam noch eine Warnung. Kein Treibstoff mehr. Er wusste, er hatte noch für wenige Sekunden Treibstoff. Sonst wäre er wie so ein Apfel runtergefahren auf dem Mond. Und sozusagen mit Gefühl. Ich habe noch, ich glaube, 25 Sekunden Treibstoff hat er gehabt. Und dann hat er so einfach nach Gefühl, hat er gesagt, so viel habe ich noch. Und über den Huckel muss ich auch noch drüber weg, weil da kann ich nicht landen. Und dann hat er wirklich ganz cool das Ding, das Landegerät, auf dem Mond runtergelassen. Der Adler ist gelandet. Eine Fernsehkamera, befestigt an der Landefähre, überträgt die Bilder live in die Wohnzimmer. 600 Millionen Menschen schauen gebannt zu, wie der erste Mensch im Begriff ist, den Mond zu betreten. Dann setzt Armstrong seinen Fuß auf. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Worte, die in die Geschichte eingehen. Übrigens hat sich ja auch Daniel Armstrong vorbereitet. Er ist zu seinem Priester gegangen, zu seinem Priester und hat ihn gefragt, hör mal, was soll ich sagen, wenn ich da meinen ersten Schritt auf den Mond setze? Und der Priester hat ihm diese Worte in den Mund gelegt. Und allein daran sehen Sie, er hat sich vorbereitet für diesen ersten Schritt auf den Mond. Wenig später betritt Buzz Aldrin als zweiter Mensch die Mondoberfläche. Damals glaubt niemand an Verschwörungstheorien und daran, dass alles nur inszeniert sei. Es gab die Diskussion, ob man nicht lieber die Fahne der Vereinten Nationen aufstellen sollte. Keine Nation kann einen ganzen Himmelskörper für sich beanspruchen. Am Ende entscheidet man sich trotzdem für die amerikanische Fahne. Als Ergänzung hinterlässt Apollo 11 eine Plakette. Wenn Sie mich fragen, wann waren wir auf dem Mond, dann sage ich am 20. Juli 1969. Obwohl eigentlich die erste Sonde zum Mond weit früher geflogen ist, nämlich Anfang der 60er Jahre. Wir haben bereits viele Sonden auf dem Mars gelandet und kein Mensch sagt, wir waren auf dem Mars. Insofern ist ein Astronaut oder ein Raumfahrer ein Botschafter der Menschheit. Er steht stellvertretend für die Menschen auf dem Mond und auf dem Mars. Und deswegen sagen wir auch, wir waren da. Nicht die, sondern wir waren da. Zweieinhalb Stunden dauert der Mondspaziergang. Als die beiden zurück in die Landefähre steigen, passiert ein Missgeschick, das sie beinahe das Leben kostet. Die stellen sich vor, der, was auch schon erzählt, sie wollen wieder starten vom Mond. Und dazu muss er eben einen Armschalter, also einen Schalter umlegen, damit die Triebwerke aktiviert werden. Und er schaut hin, der Schalter ist weg. Ich meine, was machen sie da? Sie schauen hin, der Schalter ist nicht mehr da. Und da hat er gesagt, da hat er richtig angefangen zu schwitzen, weil er wusste, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Und dann war er eben ganz cool, da hat er seinen Kugelschreiber aus dem Anzug gezogen, hat ihn in das Loch, was da noch war, reingesteckt und damit den Schalter umgelegt. In der Umlaufbahn des Mondes wartet die Kalambia. Die Landefähre dockt an. Es geht nach Hause. Aber noch ist es nicht überstanden. Der Eintritt in die Erdatmosphäre gilt als besonders kritisch. Die NASA geht kein Risiko ein. Die Astronauten waren auf einer fremden Welt. Sie bekommen Gasmasken, Schutzanzüge und werden in Quarantäne gebracht. Acht Jahre zuvor hatte Kennedy seine Vision formuliert. Der Menschheitstraum ist Wirklichkeit geworden. Eine Szene wie aus einem Hollywood-Film. Und doch hätte alles auch ganz anders ausgehen können. Das hätte schief gehen können. Und nicht umsonst hat Nixon, der damals regierende amerikanische Präsident, auch eine Rede vorbereitet, die das Scheitern der Mission kommuniziert hätte, der amerikanischen Öffentlichkeit. Es gab also eine Rede A für den Erfolgsfall und eine Rede B für den Misserfolgsfall. Als die Astronauten das Unterdeck betreten, sehen sie aus wie Besucher aus einer anderen Welt. Als die Apollo-Astronauten gefragt wurden, lange Zeit nach ihren Apollo-Flügen, was das Schlimmste war an ihren Flügen, haben sie gesagt, die Rückkehr. Empfangen zu werden wie ein Gott und damit nicht psychisch zu euch zu kommen. Es ist lange her, dass Amerika so feiern konnte. Das ganze Land ist euphorisch. Für einen kurzen Moment, so scheint es, ist alles möglich. Was sie wirklich verändert hat, das hat der Buzz Aldrin später mal erzählt. Er hat gesagt, bis dahin waren wir noch normale Menschen. Als wir dann allerdings durch die Straßen von New York gefahren wurden und alle uns wie ein Gott bejubelt haben, das hat uns zu schaffen gemacht. Er wurde Alkoholiker dadurch und er hat sich später nur wieder gefangen. Und das war das Problem aller Astronauten, nicht mehr ein normaler Mensch sein zu können. Aber nicht, weil sie auf dem Mond waren, sondern weil sie Menschen glaubten, sie seien Götter. Das ist was sehr unterschiedliches. Neil Armstrong war vorausgesehen und es war gut so. Denn er war die Person, die mehr zurückhaltend war, die cool war. Er redet nicht viel, auch nach seiner Mission, den haben sie kaum im Fernsehen gesehen. Er war der Zurückhaltende, er konnte damit leben, wenn der Buzz Aldrin ja der war, der in die Medien gegangen ist und damit auch Geld gemacht hat. Ein neues Jahrzehnt bricht an. Der Vietnamkrieg geht weiter. Die Mondlandung, die noch vor einem Jahr wie ein Wunder schien, interessiert jetzt kaum noch. Das Land hat andere Probleme als die Raumfahrt. Mit Apollo 13 schickt die NASA zum dritten Mal Menschen auf den Mond. Das Interesse der Öffentlichkeit hält sich in Grenzen. Am 11. April 1970 startet die Saturn-5-Rakete vom Kennedy Space Center. Alles sieht gut aus. Viele glauben, der Mondflug sei inzwischen reine Routine. Sie müssen sich in die Zeit reinversetzen. Das war der dritte Flug zum Mond. Der erste war grandios. Apollo 11. Millionen von Menschen haben zugeschaut. Der zweite Flug war auch noch gut. War in Ordnung. Aber den dritten, da haben die Leute doch lieber Football geguckt. Und Hockey und sowas. Weil das war unterhaltsam. Ich meine, das dritte Mal ist ja schon, ist wie immer im Leben. Das erste Mal heiraten ist okay. Aber das zweite und dritte Mal ist schon uninteressant. Das heißt, kein Mensch hat mehr zugehört. Und dann passiert es. Und dann waren die Menschen wieder da. Dann haben nämlich die Menschen mitgebankt. 300.000 Kilometer von der Erde entfernt ist plötzlich alles anders. Eine Explosion hat einen Sauerstofftank zerfenzt. Es wird nicht lange dauern, bis die Lebenserhaltung im Raumschiff zusammenbricht. Astronauten hatten keinen Sauerstoff mehr. Das ganze Modul ließ sich nicht mehr gebrauchen. Es war eigentlich am Ende. Die Astronauten müssen eine Lösung finden, bevor das Raumschiff zum Grab wird. Die Chancen auf Rettung sind gering. Dann endlich eine Idee. Die Aquarius, so heißt die Landefähre. Sie kann die Besatzung am Leben erhalten, zumindest für eine Weile. Die Landefähre wird zum Rettungsboot der Astronauten. Eine direkte Umkehr zur Erde ist nicht möglich. Die Haupttriebwerke sind ausgefallen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Den Mond. Der Plan ist, seine Gravitation zu nutzen, um so das Raumschiff wieder zurückzuschicken. Dazu müssen sie auf die dunkle Seite des Mondes. Hier gibt es keine Funkverbindung mehr. Das öffentliche Interesse ist jetzt wieder nach oben gerichtet, wo sich ein Drama auf Leben und Tod abspielt. Das Schicksal der Astronauten bringt die Menschen wieder näher zusammen. Und das auf der ganzen Welt. Die USA waren in einer in dem Fall ganz konkreten Krise. Diese Krise drohte Menschenleben zu kosten. Und das hat für eine internationale Sympathie sondergleichen gesorgt. Die weltweite Öffentlichkeit nahm teil am Schicksal der amerikanischen Astronauten, am Schicksal der USA. Als solches wurde es gesehen. Und auch das hat dazu beigetragen, dass die USA positiv gesehen wurden in der internationalen Öffentlichkeit. Die Lebenserhaltung der Landefähre hat noch Energie für zwei Tage. Die Rückreise wird vier dauern. Mit den Düsen der Landefähre gelingt es, den Flug auf zweieinhalb Tage zu verkürzen. Aber auch das ist noch zu lang. Alle Systeme, die nicht unbedingt gebraucht werden, werden abgeschaltet. Die Temperatur in der Landefähre sinkt auf den Gefrierpunkt. Es ist kalt, dunkel und feucht. Die Astronauten vermeiden jede Bewegung. In der Schwerelosigkeit werden sie so von ihrer eigenen Körperwärme umhüllt. Die Gefahr ist schleichend. Der CO2-Filter versagt. In der Kapsel droht der Tod durch Ersticken. Die Männer am Boden suchen nach einer Lösung. Und dann kommt eben dieses menschliche Genie zu sagen, so, das darf nicht passieren. Failure is not an option, hieß es. Das hat ja der Missionsmanager ausgegeben. Und dann haben die sich zusammengehalten. Und haben wirklich alles gemacht mit Klebeband, mit sonst irgendwas. Alles, was gerade noch war, selber etwas zusammenzubasteln, was kein Roboter kann, etwas zusammenzubasteln und die Astronauten doch noch wieder zur Erde zurückzubringen. Ein Adapter wird improvisiert. Aus Tüten, Klebeband und einer Socke. Mit Dingen, die auch die Astronauten in ihrer Kapsel haben. Das Zentrum in Houston funkt den Bauplan durch. Die Astronauten bauen das Gerät nach. Mit Erfolg. Die Männer schweben zurück in die eiskalte Kommandokapsel. Sie stoßen Aquarius ab, ihr Rettungsboot. Sehr gut, Aquarius. Danke. Zum ersten Mal sehen sie auch den Schaden am Servicemodul. Das ist ja eigentlich unglaublich. Also man entfernt sich von der Erde in einem Wrack und muss dann wieder zurückkehren. Niemand weiß, ob die Kapsel den Wiedereintritt übersteht. Vier Minuten dauert normalerweise die Funkstille beim Eintritt in die Atmosphäre. Gibt es danach kein Signal, haben die Astronauten es nicht geschafft. Der Wiedereintritt ist extrem gefährlich, um genau zu sein, lebensgefährlich. Warum? Nun, sie haben eine Heidenenergie, sie sind ja ziemlich weit oben, in einigen hundert Kilometer Höhe, und fliegen dann im freien Fall in die Atmosphäre zurück. Jetzt kommt es aber ganz genau darauf an, in welchen Winkel ich in diese Atmosphäre reingehe. Und dieser Winkel muss genau stimmen. Der darf nur ein paar Grad sein. Und wenn ich davon abweiche, dann verglühe ich nämlich. Vier Minuten sind vorbei. Immer noch kein Kontakt. Fünf Minuten. Sechs. Und unvergesslich ist der Moment der Befreiung dann, als sie am Fallschirm hingen und dieser befreiende Satz fiel. We have a signal. Am 17. April 1970, eine Woche nach ihrem Start, landen die Astronauten sicher im Pazifik. Apollo 13 gilt bis heute als der E-Mail. Erfolgreichste Fehlschlag der NASA. Und wieder sind es Szenen wie aus einem Hollywood-Film. Die Leistung der Astronauten und der Männer am Boden gehört zu den größten Momenten der Raumfahrtgeschichte. Jim Lovells Traum, einmal den Mond zu betreten, hat sich nie erfüllt. Heute ist er stolz auf seinen berühmten Satz. Houston, we've had a problem. Nach Apollo 13 folgen noch vier weitere Missionen, bis es irgendwann das letzte Mal ist, dass Menschen auf dem Mond landen. Zumindest vorläufig. Als John F. Kennedy 1962 seine berühmte Rede hält, ahnt er nicht, wie sehr sich die Welt in nur zehn Jahren verändert würde. Im Rückblick scheint es kaum zu glauben, was Ingenieure und Astronauten damals geschafft haben. Warum waren wir da? Warum haben Menschen diesen Aufwand auf sich genommen? Das auf sich zurückgeworfen sein. Die Bedeutung, die die Raumfahrt eben hat, im Eröffnen eines neuen Blicks auf uns selbst, als Gesellschaft. Wichtig ist, der Mondflug war nicht zu stoppen. Das liegt in der menschlichen Natur, die Grenzen auszuloten oder sie zu sprengen. Wenn wir in tausenden von Jahren, wenn die Menschheit im Weltraum leben wird, zurückschauen und wenn wir Geschichte schreiben, was, glauben Sie, wird in Geschichtsbüchern stehen? Wann wurden die Pyramiden gebaut? Wann begann die Kultur der Menschheit? Und wann hat der erste Mensch einen Schritt auf einen anderen Himmelskörper getan? Dass wir drinstehen, wenn wir später nur noch im Weltraum leben und auf der Erde natürlich. Das größte Abenteuer der Menschheit. Ein noch Größeres wäre wohl die Reise zum Mars. Der Aufbruch hat schon begonnen. Der Aufbruch hat schon, bin ich dire nous in großartig über Fighting communication. Werbung hat schon. neue Aufbruch hat schon, bin ich lebt. Ein, mehr ist esép ladies第 hum Untertitelung des ZDF, 2020